Ja, guten Leute und willkommen zu Summoners War. So, erstmal hier die Belohnung einholen. Schade. Die Belohnung des Weltenbosses, ich habe drei Goldsterne geholt. Ich war aber gestern Abend, ich habe natürlich um 0 Uhr direkt die Spiele gemacht, noch auf einem roten. Und hier die Belohnung von den Gildenkämpfen, 109. Sehr schön, da können wir glaube ich drei beschwören. Und wenn wir gerade beim Beschwören sind, spiele ich jetzt mal so eine kleine Aufnahme ein, wo ich zwischendurch was beschworen habe. Ich war da nicht zu Hause, musste oder konnte nicht mehr aushalten zu beschwören. Und darum habe ich dann beschworen und nur halt die Videoaufnahme gemacht. Und ja, und das seht ihr mal, was dabei rausgekommen ist. Die Emotionen waren natürlich nicht so eine kleine Aufnahme ein, wo ich zwischendurch was beschworen habe. Das ist natürlich nachgestellt, aber ihr habt es gesehen, das nächste Five Star ist in der Haus. Und dazu kommt natürlich noch Basalt. Hier, da können wir jetzt mal ein bisschen erwecken. Ich habe schon vieles, was wir hier so in den Kisten haben. Ich hoffe nur, dass Mana langt aus. Und da ich so viel Gems habe und morgen nochmal Gems kriege, werden wir nochmal Beschwörungen machen. Aber jetzt gehen wir erstmal und wie fangen wir denn an? Erstmal machen wir die normalen 153. Perfekt, das passt doch. Drei Stück. Ich will nochmal hier machen. Bess will ich nicht unbedingt nochmal haben, aber Sairos oder Tesha wären natürlich nice. Kars würde direkt verfüttert werden. Barretta ist für mich direkt Food. Trevor wäre sehr nice. Und Orochi wäre direkt auf Level Food für mich, genauso wie Rina. Und jo, gucken wir mal. Gucken wir einfach mal. Oh, 10.000 kostet die. Ich habe gedacht, 1000. Ist mein Mana jetzt irgendwie ein bisschen kritisch? Also, keine Blitze, kein irgendwas, was man gebrauchen kann. Was ich sehr, sehr schön finde mittlerweile. Ich hoffe, wir ziehen irgendwas, was Fusions Food ist. Dann poppt das daneben auch auf. Keine Blitze. Ich rechne ja auch gar nicht. Oh, erweckt das 4-Star-Star. Schön. 1 Tau. Und 1 Tau ist Food. Und das wollte ich euch zeigen. Das poppt dann hier auf und man sieht direkt, wofür er denn Food ist. Für Argen. Und das finde ich richtig klasse. Und hier an der Stelle sieht man auch, was man für Monster schon hat. Also hier, wenn man hier mal durchguckt. Ah, ich habe die zwei. Ah. Hier fehlt mir auch noch was für den Panda. Den haben wir schon. Das heißt, das brauchen wir nicht. Hier fehlt mir. Den habe ich noch nicht beschworen. Die zwei haben wir. Also hier fehlt mir auch noch einiges. Aber das finde ich sehr, sehr schön, dass sie da gemacht haben. Sie haben sich echt Gedanken gemacht um die Fusion. Und so, komm. Zumindest keine Blitze. Nochmal ein 1 Tau. Ja, schön. Hurra. Wird nichts mit dem zweiten Sairos. Aber ja, wäre auch ein bisschen OP gewesen. Hier nehmen wir die eine mystische noch mit. Ein, ist es ein Marv oder ist es ein Feuer? Ein Feuer, Pinguin. Jetzt habe ich noch 19.000. Ja, wenn ich mir jetzt tatsächlich ein Paket hole. Ja, machen wir doch diesmal eine Beschwörungsfolge draus. Wo sind die Pakete? Ich brauche nämlich Food. Und bin momentan im Tower noch auf Level 90. Also ich muss Level 90 noch schaffen. Und Level 90 wäre dann nochmal eine Light Dark. Und sonst, heute kriegt man... Also ich nehme das Video gerade Sonntagmorgen auf. Ich kriege heute nochmal von der Arena Gems. Also ich habe da noch viele Stellen, wo ich Gems kriege. Und vom Event kriege ich noch Gems. Das Würfel-Event finde ich richtig, richtig klasse. Außer, dass ich nur 2... Gestern habe ich 4 mal eine 2 gewürfelt. Oh, der Wunsch ist auch noch da. 4 mal eine 2 gewürfelt. Und komm, wünsch dir was. Mal gucken, was man zieht. Am liebsten wären wir tatsächlich jetzt die 150.000 Mana. Aber so weit kommen wir nicht. Das wären 10.000. Ja. GZ, GZ für was? Oh, Panda Warrior fusioniert. Ja, den hätte ich auch noch gerne. Ähm, irgendwann werden wir ihn haben. Und... Habe ich jetzt schon... Ja, ich habe schon... Heißt, wir gehen nochmal an die Schatztruhe. Holen uns die 100.000, die 11 mystischen. Und beschwören sie heute. Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir... Ich wünsche mir... Ich muss jetzt ehrlich sagen... Ich könnte gar kein 5-Sterne-Monster mehr gebrauchen. Momentan würde ich mich tatsächlich mehr über Food freuen. Food und Fusionsmonster. Ähm, ich möchte jetzt aber mal nicht so sein. Sollte da ein 5-Sterne-Monster oder ein gutes 4-Sterne-Monster rumkommen, werde ich natürlich nicht Nein sagen. Und, ähm, gucken wir mal, was so passiert. Einen Elfen... Wie heißt der? Elfen Wächter. Ich habe ein... Ich habe also zwei... Adrian heißt, glaube ich, der Feuer. Der macht... Der ist ganz gut. Da habe ich auf Food jetzt einen auf 4-Sterne. Oder als Food einen auf 4-Sterne gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht behalten soll. Es sieht so aus, als ob es tatsächlich eine reine Food-Runde wäre. Oh, das ist schön für mein Basalt-Food. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Stimmt. Den könnte ich auch noch ein paar mal ziehen. Und Feuerwehrwolf, der ist Fusion oder ist der Wind-Fusion? Werden wir gleich sehen. Der ist Fusion für den Joker. Wo ist denn Barretta drin? Tja, ich würde mir gerne noch ein paar JoJo's und ein paar Barrettas irgendwann fusionieren. Ähm, aber... Ups. Und das Doofe ist, wenn ich jetzt... Ich habe so viel und es muss noch so viel ruhen. Okay. Wenn ich jetzt erwecke... Monster. Gucken wir mal. Ähm, erwecken kostet auch Mana oder kostet erwecken kein Mana? Erwecken kostet kein Mana. Dann fangen wir an, mit Bess zu erwecken. Hallo, Bess! Aufwachen! Da ist sie. Sie wackelt und danst an ihrer Go-Go-Stange. Bess. Scharf. Sehr scharf. Ach, da guckt man doch gerne hin. Komm, dreh dich mal für uns. Da wackelt's ordentlich. Ja. Sehr schön. Ähm, Runen hat sie, glaube ich, noch keine. Genau. Ähm, noch. Die Drehung kann man sich ja gar nicht angucken. So, Monster. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier noch Erwecken, den Basalt. Also, ach, wir gucken mal, wen erwecken wir denn jetzt? Wir können noch Erwecken... Ich hoffe, ich habe genug Magie-Essenzen. Ich denke, er daran scheitert. Nein, es scheitert an den Magie-Essenzen. Ähm. Sie werden wir aber heute noch auf 5 Sterne bringen. Da habe ich 1... Ich habe so viel 4 Sterne, 2, 3. Also, ich kriege 3 Skill-Ups. Nicht sie, sondern die andere. Können wir... Oh, ich hätte das gewusst, hätte ich gestern ein bisschen Magie gefarmt. Hier, aber Basalt können wir erwecken. Sehr nett. Den erwecken wir auch. Den werde ich nur jetzt nicht... Eigentlich wollte ich den im Video auf 5 Sterne machen. Aber mit dem... Mit dem Mammut, das wir gerade gezogen haben, den werde ich erstmal auf 4 Sterne machen und dann ihn dazu nutzen, um Basalt auf 5 Sterne zu bringen. Ähm. Dann kriegt er direkt noch ein Skill ab. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier machen müssen? Wahrscheinlich fehlen mir jetzt die Magie-Essenzen einfach, gell? Hier fehlt mir die hohe und mittlere Magie. Hier sind meine Elfenwächter, die ich eigentlich verfuten wollte. Ja, und sonst ist die Lagerliste lang. Beschwörungen... Ah, sieben Stück haben wir noch. Da gucken wir... Ah, ja, jetzt weiß ich ja auch, warum ich da nochmal hingegangen war. Wir wollten aufwerten. Und das so günstig wie möglich, damit unser Mana ausreicht. Na, guck mal. Hier können wir den erwecken. Kostet 4.000. Haben wir 2 Platz mehr? Dann, 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 dann. Wir brauchen noch 5 Plätze mehr. Okay, dann nehmen wir hier... Ich hatte doch irgendjemand kurz vor. Genau. Gibt's ja nicht. Das sind beides Fusionsmonster, die ich eigentlich... Die haben wir... 96 langt's natürlich nicht. Ai, 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 wie kompliziert. In mein großes Lager. So, du, du, du. Du, du. Und eine noch, eine noch. Den ich nicht so häufig spiele. Oder mir irgendwann mal bauen will. Keiner da. Ich weiß, ich mach's kompliziert, aber es muss alles überlegt sein. Den spiel ich manchmal. Spiel ich manchmal. Hilfe. Ach, dann wanderst du nochmal mit. Nein, du wanderst mit. Dann hol ich nämlich nachher wieder raus. So, jetzt können wir weitermachen. Denn Ordnung muss sein. Und so viel Monstergewusel, wie ich da hab, das müssen wir ja auch irgendwie ordentlich über... überkontrolliert und so weiter kriegen. So. Also, ich würde mich tatsächlich über eine Wassermumie freuen. Die ist Fusionsfood. Wobei, ich glaub, ich brauch die gar nicht. Die ist ja... Für wen ist die denn? Ist die für... ein Eisen. Eisen ist auch Fusionsfood. Gut, das weiß ich, aber den hab ich auch schon mal irgendwo rumgammeln. Eine Feuerschlange, die ist auch Fusionsfood. Die Wasser und die Feuer. Ah, für Barretta. Sehr schön. Dann wär's schön, wenn ich die beiden noch ziehe. Hier, Bero brauchen wir nicht. Ah, hier brauchen wir nicht die Wassermumie. Das heißt, eigentlich bräuchten wir die zwei noch und die zwei noch. Und Joffrey... Ei, 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 noch so viel zu tun. Oh, nochmal ein Wind, Elfen, Wächter. Der jetzt wirklich kein Food ist. Oh komm, und der Elf kann doch einmal Blitz sein. Auch einfach nur jetzt anstandshalber. Okay, ist glaube ich auch Fusion. Ist sie nicht. Die Wind ist Fusion, okay. Zwei haben wir noch. Keine Blitze in Sicht, aber es hat natürlich auch genug geblitzt bei uns. Und darum... Ach, nicht nochmal ein Anstandsplitz dahinterher. Und er ist auch Fusion, aber ich glaube auch nicht für irgendwas, was ich brauche. Gucken wir mal rein. Ah, hier brauche ich nur den Wasser. Ich weiß ja nicht mal, ob ich... Hab ich nicht. Na, tatsächlich, könnte ich mir sie... Ach nee, ich gebe doch meine Barretta nicht hier. Also das heißt, um Katharina mir zu fusionieren, bräuchte ich den und die beiden noch. Okay. Hier hat sich auch nichts getan. So. Lahme Beschwörungssession. Nichts gekriegt. Jetzt haben wir noch 15.000. Mal gucken, was wir damit noch machen können. Ob wir noch irgendwas trainieren und fusionieren können. Was kostet es denn, wenn ich siehe? 22.000. Kann ich mir nicht leisten. Müssen wir erstmal wieder ran. Und Basalt. Ja, wollte ich eigentlich jetzt auch 5 Sterne bringen, aber da machen wir erst das Mammut, dass ich einen Skill abhabe, dass sich das lohnt, das Mammut reinzustecken. Ja, und dann machen wir noch einen Kampf hinterher. Naja, mit dem, was ich da vorschneiden muss, äh, muss noch, äh, machen wird das Video wahrscheinlich auch ein bisschen lang. Gucken wir mal, ob hier irgendwas war, aber ich glaube, hatten wir schon angeguckt. Ähm, dann gucken wir nur noch mal, ob irgendein Dungeon offen ist. Ist er tatsächlich? Luadine hat ein Inferno, das wir aber jetzt so nicht brauchen. Weltenboss kann man nochmal reingucken. Habe ich, wie gesagt, die 3 Silbersterne gekriegt mit 7%. Heute Nacht war ich noch bei 4%, was sehr schade ist. Ich habe gehofft, dass, dass ich vielleicht bei 5% bleibe, ähm, einfach um mal den roten Stern hier zu haben. Aber es hat wohl zu lange gedauert. Oh, da bin ich noch so weit weg. Also, wenn man sich nur die Top 100 anguckt, wie viel Damage die da raushauen. Und das Heftigste finde ich, wenn man hier zu dem Zero reingeht, möchtest du ihn besuchen? Was da gleich alles, äh, kreucht und fleucht, ist schon heftig. Drei Pernas. Tower, Drache, Sigmarus, Erzenkel, Chandra, Kumar, äh, nicht Kumar, sondern, ähm, Ritesh. Ja, das sind nur die Monster, die er zeigt. Das ist ja das Beste noch. Och, hier ist noch ein Ritesh. Hier ist noch... Oder ist das ein... Hallo, bist du ein Ritesh oder bist du ein Licht? Ja, ich meine, da merkt man darum, warum er auf Platz 1 ist. Oh, Panda Warrior, sehr nice. So, Ritesh 1, Ritesh 2, Ritesh 3, dann war es kein Licht. Gehörnter Frosch. Wird wahrscheinlich sein... Wow. Wird wahrscheinlich sein Trollverteidigung sein. Ne, aber sehr nice. Da sollte man sich doch immer mal die Zeit nehmen, reinzugucken, was so die Top-Leute haben und wie sie das geruhnt haben. Hier will ich drauf. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ähm, joa, heute war nicht so viel drin, aber das macht ja nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. felony Tschüss. atra 저�ным audi